so und damit ein herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge von minecraft wir müssen heute mal schauen dass wir endlich unser sommer domizil in der wüste fertig bekommen jetzt müssen wir noch mal eben gucken treppe haben wir ja soweit schon hier aufgezimmert so poppy poppy pop was machst du hier oben wir haben schon mitbewohner das glaube ich ja wohl gar nicht so das ist hier unser schubi topi du ja ja nix wir haben natürlich mal wieder keinen sand wie in den 298.000 folgen davor auch mein spaß beiseite wir müssen noch ein bisschen sand holen weil uns fehlt ja auch noch ein fenster wir brauchen ja dringend fenster und wir haben genau 0 blöcke sand ja das ist sehr motivierend ja du hast sowas von recht das kannst du dir gar nicht vorstellen sonst würde ich vorschlagen wir hauen mal hier wieder ein bisschen sand weg ja du musst jetzt mal weg gehen so dann wollen wir mal schauen ob wir das jetzt in dieser folge endlich mal schaffen blüpp 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 so dieses haus so weit fertig zu bauen dass wir dann noch ein bisschen innen einrichtung machen können und draußen den garten wir haben wieder löcher gemacht da freue ich mich doch wieder schwupp so jetzt machen wir hier auch noch zack 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 weg und dann nehmen uns ganz fix daran geben ein paar dicker jetzt geh mal weg hier ja sag mal ist es denn wahr verdammtes volk hier ja du kannst mich ruhig anknurren das nutzt dir gar nix doch dann gibt es einen auf den dicken wands du kleiner dickhäuter wir brauchen auf jeden fall noch sand für das dach von unserem häuseli und wir brauchen sand für sag mal schnell sag doch mal für die fenster ja genau fenster fenster und nein es wird schon wieder dunkel jedes mal fangen wir im hellen kurz an zu zu basteln an und dann ist es schon wieder dunkel also irgendwie stimmt hier was mit der zeit nicht so jetzt haben wir auch 264 sticks ein bisschen wir machen lieber ein bisschen mehr halt bloß die klappe du eierkopf so jetzt werden wir hier die reihe noch weg zimmern und dann nehmen wir die kaktien auch direkt mit blüpp 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 die kümmer war schon wieder ein loch gemacht man kubus du alte socke was machst du denn ja für ein kack hier das zimmern wir hier noch eine reihe schnell durch blüpp 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 gut hat wir unser diamant werkzeug haben jetzt würden wir dann noch in 30 jahren dran bauen so jetzt ist aber schluss mit lustig so blüpp jetzt gehen wir mal ganz schnell zum ofen ja ich habe eine idee ich habe eine idee ich habe die erleuchtung wieder wartet mal kinders hallo hallo ja das war eine tolle idee aber die funktioniert leider wieder nicht weil ich nicht weiß wo das ist da wir nehmen unser bett jetzt einfach mal mit jetzt macht doch nicht wieder alles zu da haben wir auch noch 23 sand ja super du bist ja der bringer wieder so jetzt machen wir erst mal ich glaube immer 15 fenster machen dann reicht das erst mal was haben wir hier noch so schönes den hätte ich auch gern so ein glowstone haben wir noch aber wir haben keine zäune mehr und wir haben auch noch so wahnsinnig viel holz wahnsinn kriegen wir den aus gut 36 12 zäune okay dann gehen wir jetzt erstmal schauen das war hier das soweit fertig machen so schwuppdi bobtibu dann werden wir da naja fenster können wir nicht reinbauen natürlich auch hier jetzt gehen wir erstmal nach oben und werden wir eben sehen dass wir hier und wupptika dann setzen wir jetzt hier noch einen drauf jetzt machen wir erstmal sandsteine dann geht das so einem bomb dann haben wir 42 stück dann haben wir 58 ja ja gucken ob das reicht ich bezweifle das mal wieder aber nun gut das wird wahrscheinlich wieder mal nicht reichen so aber jetzt machen wir es erstmal zu nein das war falsch alter das war falsch club jetzt komme ich hier nicht mehr weg oder wie ach kenners man hat es schon nicht leicht furchtbar furchtbar so so jetzt gucken wir mal dass keiner guckt jetzt machen wir das hier mal endlich zu blüpp 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 das wird wieder nicht reichen ich krieg die pimpanellen wo jetzt haben wir noch 13 stück und ich glaube dann beim letzten beim letzten dingen da den dritter hat er hat er damals schon wieder einen falsch gesetzt aber das hilft uns alles nichts weil wir haben nichts mehr totes sprung ins wasser plums denn 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 so wie weit sieht das denn jetzt hier aus ja das oh ja das ist cool das ist cool das gefällt ich komme ich nicht durch die tür so hatte ich ein höher blüpp 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 sonst machen wir das mal eben hier weg so und so so spitze her dankeschön dann setzen wir den noch eben da dran wenn du jetzt nicht die klappe hältst du kleine kack stiefel hindu dann bist du aber fällig für die speckkiste so jetzt werden wir uns hier mal ein bett hinzimmern warum geht denn das nicht ok so da steht und machen wir ein doppelbett gute idee wir sind zwar alleine aber wir machen ein doppelbett ok wir brauchen aber mal wieder noch ein bisschen sand ich krieg die krise ich kann nicht mehr sehen den sand so Tür auf und unsere 15 scherben äh fern unsere 15 scherben sind fällig ähm nein so jetzt gehen wir erst mal Irgendwie wird es gar nicht dunkel Nur die Sonne ist weggegangen Das macht mir Angst Nein, wir müssen nochmal eben ein bisschen Sand holen Das hilft alles nichts So Machen wir das mal eben schnell hier So, plüpp Plüpp, plüpp Plüpp, plüpp Plüpp, plüpp, plüpp Plüpp So Aber es sieht gut aus Ich glaube wir werden heute auf jeden Fall Mit dem Haus soweit fertig Und danach werden wir dann erstmal eine Höhlen-Tour starten Oder so zwei Weil wir dringend Neues Material brauchen Um auch die Eisenbahn weiterbauen zu können So Und wieder ein Kaktusblatt Ja Warum läuft hier immer daher Wo ich abbauen will Danke Und ich vermute mal Plüpp Ich vermute mal Dass das jetzt hier mal reicht So Jetzt gucken wir mal Wie viel kriegen wir da raus 16 Stück Und das sind nochmal 24 Stück Das müsste reichen Da Wir haben ein Elefant auf dem Dach stehen Ich glaube das wohl nicht Haha Ich drehe am Rad Auf der Pyramide steht ein Strauß Und auf unserem Haus Stehten Einen Gedingsbums Ja die haben wir wohl mal Voll einer an der Klatsche Ja So Jetzt werden wir mal eben schnell Unser Dach zumachen Trompetenkonzert Flup So Jetzt geht es los Jetzt aber mit Vollgas voraus Jetzt geht es los Es geht los Jetzt zimmern wir das mal eben hier Fettig Fupp Jetzt hoffe ich mal Oh das passt ja wie Arsch Auf einmal Geh mal da runter du Weg hier Ich glaube ich spinne Du kannst doch nicht einfach Über unser Dach laufen Todessprung ins Wasser Super Super Wir haben es überlebt Gut So Und jetzt werden wir mal Am Blick Doch Jetzt müssen wir mal gucken Du stehst im Weg Kollege Sag mal Da mal ein Fenster rein Schwupp Ja da kannst du ruhig Kisch machen Das Ist mir drittens egal du Ballerbirne So hier machen wir ein Fensterchen Und da machen wir ein Fensterchen Blüpp 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 So Da haben wir eine schöne Aussicht Direkt auf unsere Pyramidze So Hervorragend So Eine Etage höher Bitte Man ist das hier dunkel Wie ein Bärenpopo Und wir haben auch gar keine Fackeln mehr Was soll denn der Kack hier So Jetzt machen wir mal eben eine Fackel Zack So Eine Fackel reicht Wir müssen sparen So Dann machen wir mal hier ein bisschen Licht hin So Licht ins Dunkle bringen Und dann hauen wir jetzt hier noch ein Fenster rein Blüpp Zack Hier können wir auch noch was reinhauen Blüpp Genau Dann machen wir mal so ein Dreierfenster hin Zack Zack Und zack So Und hier könnten wir ja dann rein theoristisch Und Ja du musst dann doch da weg Schatzi So Dann gehst du mal da in die Wand Und dann machen wir hier noch ein Fenstein Dann machen wir hier so ein Viererfenster Stück So Dann haben wir jetzt erstmal hier die Erde weg So Dann hieße das jetzt für uns Wir haben Natürlich keine Wolle mehr Warum auch Wir wären so weit So weit Eigentlich Fertig Jetzt bräuchten wir nur noch Einen Mund So Du kannst froh sein Ich Ich hau dich mit der Schippeplatte Siehst du So Feierabend Große Klappe wird hier nicht belohnt So Jetzt haben wir hier Dann könnten wir ja eigentlich auch noch ein Fenster machen So hier aber das Nee das ist doof Nee das ist doof Nee So jetzt haben wir ja genug Licht Hier muss kein Fenster hin Dann wäre das so weit So weit Wir gehen jetzt mal nach draußen schauen Oh da ist noch ein Stein Fenster Ja da oben werden wir noch ein Fenster reinsetzen Dann haben wir so eine Fünferfront was mittig sitzt Sonst sieht das Kacke aus So haben wir noch Sand Sand was ist Sand Aber so weit sieht das ja ganz nett aus Wir brauchen noch nicht viel Sand Wir brauchen zwei Fenster glaube ich ne Zwei Zwei Da könnte man vielleicht ja eine Treppe noch nie Und das lagern in einem Mieten Nee Nimm jetzt einfach mal hier oben ein bisschen Sand weg So So Popp 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 muss immer hier mal ein bisschen Sand weg damit wir noch was haben So Ja das sieht doch ganz nett aus Das sieht ganz nett aus So Ja ich hab ja noch was anderes vor Müssen wir mal schauen Aber jetzt machen wir erstmal noch den Sand Wie Wie Und dann Drrrt Klatsch 15 Sand Ne so viel wollte ich nicht Machen wir mal Fünf Fenster fünf Fenster So Dann hätten wir das so weit Was haben wir denn noch hier Also kannst du die ruhig zulassen Tütti 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 Wir haben nichts mehr Können wir da noch ein paar Steine machen Okay Fluppy Fluppy Und hier haben wir Äh Nichts Aber wir haben ganz viele Kadene die können wir machen und das nehmen wir uns auch noch mit wir wollten das ja noch ein bisschen hübsch machen hübsch 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 so ja das müsste dann schon mal reichen für das nächste mal und dann thema zu dass wir das dann so weit fertig bekommen die fünf fenster sind jetzt schon mal fertig da nehmen wir die nach eben schnell raus aus dem ofen kommt dankeschön gut so